Guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ich stehe jetzt gerade hier im Waldschwimmbad. Es ist der 1. Mai, wir eröffnen heute bei herrlichem Sonnenschein. Das erste Mal, dass ich so eine Eröffnung machen kann und das Wetter ist gut. Sie werden ja wissen, ich bin ja von Beruf Meteorologe, also heute ist es mir gelungen. Wenn es mal nicht klappt, war ich nicht dran schuld. Aber trotzdem, ich stehe hier, das ist alles bereit. Die ersten Besucher werden gleich kommen, es ist kurz vor 9. Ich bedanke mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Waldschwimmbad. Sie haben alles wunderbar hingekriegt. Wir haben ja dieses Jahr nur eine verkürzte Saison, so bis 19.08. Danach beginnen wir hier mit den Renovierungsarbeiten und hoffen, dass wir im nächsten Jahr, auch im Mai, spätestens im Juni bei herrlichem Wetter, das Schwimmbad wieder eröffnen können. Ich wünsche allen Badengästen viel Spaß hier in unserem Waldschwimmbad. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020